Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Anno1800. Im alten Finn sind wir angekommen, da wollten wir ja Stahl rüberbringen und ein paar Ziegelsteine, um mal die Bierproduktion anzuschmeißen. Das sollten wir jetzt auch mal tun. Gucken. Wir werden mit Sicherheit noch ein paar Leute brauchen. Da geht's nämlich schon los. Ist aber überhaupt kein Problem. Das machen wir. Jetzt brauchen wir noch so einiges, also einiges. Okay, die brauchen noch mal dringend Schnaps. Da hätte ich mal was rüberbringen sollen. Ich hätte ja ganz gerne mal... Ne. Kartoffelfruchtbarkeit für 17,5. Das könnte ich fast mal mitnehmen. Komm, wir handeln mal. Ich nehme das mal. Ja. Komm, dann kann ich nämlich auf der Insel auch Schnaps anbauen. Ich weiß nicht, ob das eine super Idee ist. Aber hier können wir halt keine Kartoffeln anbauen. Schöne große Insel. Die aber alles haben, bloß keinen Schnaps. Ich habe keinen Bock, hier immer mit dem Schiff noch mal hin und her zu fahren. Dann schippern wir halt mal mit der Fregatte hier rüber und bauen uns hier noch ein paar Kartoffeln an. Ich weiß nicht, ob das besser wäre mit einer Handelsroute oder tatsächlich so. In der Wahn. Ja, ja, das glaube ich dir. Oh, da brauchst du auch 20. Können wir ja die Schnapse-Produktion hier schon mal vorbereiten. Und zwar... Ja, du brauchst mit Sicherheit hier noch ein bisschen mehr Korn. Das ist doch Pelze. Das wird ja mittlerweile hier meine wichtigste Insel. Ähm... Wir machen das Beste aus unserem Leben. Ja, ja, es gibt gleich Schnaps. Beruhigt euch. Jo. Dann machen wir ja auch die komplette Produktionskette einmal durch. Diese gefällt mir eigentlich. Schön groß. Jetzt wollen wir noch ein bisschen das upgraden, dass wir Leute reinkriegen. Und vor allem mal... Ja, hol mal die Seiten hier. Ihr könnt ja wieder herstellen jetzt. Oh, da kommst du schon. Ah, sehr gut. Probieren wir das gleich mal aus, wie das hier so funktioniert. Das heißt, du würdest ja hier auch eine Handelskammer brauchen. Das kostet nur 25 Bretter. Scheiße. Wieder keine Bretter hier. Hm... Der Klipper fährt erstmal wieder zurück nach Hause. Hm... Unser erstes Linien-Schiff. Um Aufgaben zu erfüllen. Bestimmt ganz gut zu gebrauchen. Ah, Wurst geht nach unten. Mhm. Hm... Arbeitskleidung auch. Es bleibt stabil. Bier bleibt stabil. Irgendwie gefällt mir das hier immer noch nicht. Aber Ruhm ist genügend da. So, Bretter sollen die da drüben mal produzieren. Beim alten Finn. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Was ist hier eigentlich noch? Kann ich das mal aufsammeln? Oh. Wieder daneben geworfen, oder was? Schon wieder, ne? Samar. Machen wir es halt so. Oh, ist voll. Okay, Ziegelsteine haben wir hier schon genug. Okay, Ziegelsteine haben wir hier schon genug. Schweinezucht. Machen wir mal hier hin. Spielstand gespeichert. Ähm, erstmal zwei und zwei Metzgereien. Wer hat denn hier diese Straße gebaut? Tja, Helm. Tja, Helm. Inzwischen hätte ich gern nochmal ein Lagerhaus. Und hier dann die zweite. Gut. Schweine. Dann brauchen wir noch... Arbeitskleidung ist ja eigentlich genug, ne? Das ist erstmal keine Wehberei. Na gut, wenn wir jetzt hier groß ausbauen. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh. Das machen wir mal größer und... Das Lagerhaus hätte ich gerne ausgebaut. Fehlt mir natürlich... Holz. Hier brauchst du jetzt nur vier Holz. Dann könntest du noch die zweite Brauerei stricken. Brauchst aber mehr Arbeiter. Geht nicht. Neue Befehle, Admiral. Kriege ich das jetzt mal hier reingepunkt, ohne es ins Meer zu werfen? Ähm... Jetzt kann ich upgraden. Okay. Oh. Achso, es fehlt Holz. Shit. Muss ich jetzt hier wirklich noch Holz rüber bringen, damit das ein bisschen schneller vorwärts geht. Wir bereiten erstmal die... Ups. Schnappsproduktion nochmal vor. Ähm... Zwei Holz bitte noch. Danke. So, das läuft erstmal. Schweine haben wir. Das heißt, ich müsste ja bei den Kartoffelfeldern eine Handelskammer bauen. Würde ich tatsächlich hier drüben irgendwo hin machen. Dann ziehen wir hier mal durch. So. Mal schauen, ob das reicht. Ein Stück weiter musst du noch hoch gehen. Geh mal ruhig bis hier hinten dran. So. Schnappes. Kartoffelfelder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und natürlich wieder alle kreuz und quer jetzt gesetzt. Natürlich. Das haben wir. Ups. So. So, dann nutzen wir hier gleich noch schön den Platz aus. Sehr gut. Vier erstmal. Dann musst du in eine Handelskammer hin basteln. Habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Ähm... So, dass du noch möglichst viele rein bekommen würdest. Machen wir hier ruhig. Und... Erstmal... Eine Brennerei. Zwei. Ein Lagerhaus. Spielstand gespeichert. Eine Feuerwehr. Hm. Fühlt mir jetzt nicht ganz so gut, diese 1 zu 1. Das heißt, du müsstest noch zwei Brennereien hin bauen. So in etwa. Aber das würde ich nochmal tauschen. Und das passt mir noch nicht hier. Lieber da nochmal eine Brennerei und die Feuerwehr dann... Hier, die deckt da auch noch alles ab. Genau. Und jetzt kann man muss sie hier lassen, wegen dem Einflussbereich. Ja. Dann soll es so sein. Dann soll es so sein. Die Hafenstadt. Gut. Wurst und Brot bekommt er. Eine Kirche wollen sie auch noch. Die Waffenruhe wurde beendet. 20 Bretter, 25 Ziegel haben wir locker noch. Das nehmen wir weg. Dann kommt die Kirche schon mal hier. So vielleicht. Ein Schiff erster Klasse. Hier machen wir fast 900 Miese. Aber ist auch kein Wunder hier bei den paar Buden, die wir hier stehen haben. Ich hole mal Holz, das geht so nicht weiter. Fass mal runter. Der Clipper lädt mal ein bisschen Holz ein. So. Brauchen wir gleich noch irgendwas. Bisschen Stahl vielleicht nochmal. 20 und dann ab dafür bitte. Jetzt haben wir aber wieder sämtliche Baustellen aufgerissen, muss ich sagen. Schon wieder ein Schiff angekommen. Jo. Ah, hier wäre eine Aufgabe verfügbar. Ne, komm. Sehen Sie? Ich... Oh. Ich wollte gerade ein wenig durchlüften. Hm. Wie wär's mit... Eine Hand wäscht die andere. Eine Lieferaufgabe von der Barrel. Man tut was man kann, um zurecht zu kommen. Ach, in der neuen Welt. Ach du Scheiße. Eigentlich bräuchte ich ja ein schnelles Schiff, ne, für eine Lieferaufgabe. Auf Ihren Befehl. Der Clipper müsste ja relativ schnell... Relativ schnell da sein. Auf die alte Dame ist Verlass. Okay, das fährt wahrscheinlich immer umsonst hin und her. Das gute Schiff. Weil hier gar nicht genug Lagerplatz ist. Hier drüben hab ich auch nur eins, ne. Mist. Da muss ich tatsächlich mal eben eins rüber schicken. Das nutzt ja nix. Was? Was für ein Wirrwarr. Schluckspecht. Was macht denn der Schoner hier zum Teufel? Sollte der... Keine Ahnung, der hat zwei Frachträume mit 50 Kapazität. Verscherbe ich den? Ah, die Argo ist da. Dann laden wir rüber und schicken das Schiff gleich. Spielstand gespeichert. Rüber in die neue Welt. Jupp. So, endlich Holz. Äußerst verheißungsvolle Taten liegen auf dem Tisch. Erstmal noch nicht, danke. So, die kriegen gleich mal ne Kirche und... Wir schmeißen den Schnaps an. Oh. Fehlende Fruchtbarkeit. Ist mir schon klar. Muss ich erstmal ausprobieren, ob das überhaupt hier funktioniert. Und jetzt kann man bauen. Item rein. Schon läuft's hier. Oh. 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 Wir brauchen mehr Leute. Alter Schwede. So, wunderbar. Eine Feuerwehr hast du hier gebaut. Tatsächlich noch ein paar Bauern upgraden. Wir brauchen erstmal ein paar Bauern, um hier noch eine zweite Schnapsbannerei zu bauen. Die ist ja mal Minimum. So. Dann geht es mal hier weiter. Mit mehr Bauern. Ich denke mal, bis hierhin sollte noch alles abgedeckt sein. Auf jeden Fall. So, zieht mal wieder ein. Ja, es gibt auch gleich Schnaps. Dann sollten Arbeiter und Bauern ja mal durchaus ein bisschen zufriedener werden und auch ein paar mehr einziehen. So. Getreide sieht eigentlich ziemlich gut aus. Wir haben schon 18 Bier. Mal gucken, dass die Versorgung auf unserer Hauptinsel noch passt. Und wir müssen ein paar mehr Leute an Land kriegen. mal dringend. Wir müssen hier mal ein bisschen dicker in die Schnapsproduktion einzusteigen. nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Zufriedenheit. Ich habe sie für den Fotografen gehalten. Lektorieren wir das mal ein bisschen. 30 kostet das. Mein Verlag. Ich meinte, natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Übel. Sie haben wenig Anstand. Ja, beruhig dich. Beryl find's toll. Sehr aufmerksam. Wusste ich doch. So. Jo, ich glaube, der Schnaps ist angelaufen, ne? Kann das sein? Amals Kleidung wird knapp, oder? Nee. Passt, glaube ich, noch. Ja, jetzt kannst du langsam nochmal 50 Bauern, eh. Für expandieren kann man ja hier kaum. Ich muss sich, glaube ich, hier nochmal ein bisschen hübscher lösen. So. Muss man mal so richtig was nachziehen. Ich wollte ja irgendwie auch schon längst. in der neuen Welt die Baumwolle gemacht haben. Habe ich immer noch nicht. Es ist so, äh, verrückt viel zu tun hier. Dass ich schon gucken muss, dass ich mich jetzt hier nicht irgendwie verhebe. Schon ist das Holz wieder alle. Aber jetzt lassen wir erst mal eine Weile noch nachproduzieren. Jo. Schnaps läuft. Ach, guck mal, jetzt geht's auch voran. Wunderbar, so soll's sein. So, was müssen wir jetzt noch fertig bauen? Eigentlich noch eine Brennerei. Dann haben wir vier und vier. Äh. Im Lagerhaus geht's jetzt nicht ganz so gut. Und hier ein bisschen Wurst, könnte ich schon mal anschmeißen. Einen Versuch war's wert. Oh. Ich hab schon wieder Krieg. Ihr Verhalten ist vorbildlich. Wenigstens hab ich ihm ein Schiff abgeschossen. Wie leicht erhöht. Ich hoffe, Sie gehen da mit. Auch ich habe Frau und Kind. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich schaffe das Zehnfache von so einem verweichlichten Handwerk ab. Diese jammernden Waschlappen. Ähm. Ach so. Ich bin wahrscheinlich voll, ne? Warum technisch? Kann das sein? Falsche. Ich hab schon gedacht, ey. Du hast hier keinen rum mehr. Na jo. Ja. Oh, um Gottes Willen. So. Hier gibt's schon wieder ein kleines Arbeitskleidungsproblem. Das sollten wir jetzt eben nochmal in den Griff kriegen. Warte mal. Arbeiter brauchen auch Arbeitskleidung. Problem ist, ein paar Arbeiter wirst du hier schon noch brauchen. Kommst nicht drum rum. See vier, hebt euch empor. Ich muss unbedingt auf Pelze. Also. Machen wir hier erstmal kurz Stopp. Auch wenn ich gerne. Zumindest ein Schwein nochmal. Angeworfen hätte. Echt zu wenig Holz. Ist das ein 1 zu 1er Verhältnis? Ja. Dann lass es erstmal so. Von mir aus auch. Hm. Schon wieder upgraden. Das macht es nicht besser mit dem Holz. Zwei sind mal eindeutig zu wenig. Was sagt denn die Bilanz hier? Mal 600. Immer noch miese. Was war schon mal schlimmer? Ja, du brauchst da noch echt viel. Dann schipp er nochmal rüber. Das nutzt ja jetzt nichts. Nimm dir mal bitte. Nochmal 50 Holz. Was brauchen wir noch? Ja, Wurst haben wir hier gar nichts über. Höchstens Brot. Aber das ist ja auch nicht mehr so pralle. Mehl hast du ohne Ende. Musst eine Bäckerei mehr bauen hier. Und Korn geht runter. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Sollte ich aber doch gleich mal was gegen unternehmen. Spielstand gespeichert. So. Ein bisschen mehr Korn und eine Bäckerei noch dazu. Kann ja jetzt nicht schauen. Fisch ist in Ordnung. Schnaps stabil. Arbeitskleidung. Katastrophe. Muss ich tatsächlich nochmal? Segeln haben wir denn? Kann ich das kurz mal bremsen? Boah. Ist ja auch noch ein Lagerhaus, glaube ich. Äh, Segel 221. Ne, mach mal kurz Pause. Taste 246 und 245. Mach noch eine. Oh, wir haben gar nicht genug Bauern. So, 6 zu 5. Jetzt haben wir nicht genug Bauern. Ey, du ernstest nicht. So, sollte reichen. Gut, das könntest du sogar nochmal ausbauen. Kostet aber auch ein kleines Vermögen. Dann sollen sie lieber das mitnützen. Können wir noch Bauern. Können wir mal bitte einziehen? Das läuft alles. Hier sind wir natürlich immer noch nicht weiter. Ähm. Fisch passt. Arbeitskleidung haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen abgefangen. Bauern dürften gleich einziehen. Die Wurst ist hier auch eine Katastrophe. Ich werde irre. Das ist ja mega ätzend. Aber 5. Und 4 Metzgereien. Weil du eine noch für die Seife hast, ne? Was sagt die Seife? Seife passt erstmal. Komm, ein Schweinehof noch. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Können wir doch tatsächlich jetzt immer noch Bauern. So. Metzgerei braucht wahrscheinlich auch wieder. Ne, die braucht Arbeiter, wie es aussieht. So. Hier läuft die Schweineproduktion auf Hochtouren. Habe ich zumindest. Das werden wir später sowieso irgendwie nochmal ein bisschen umlagern. Das Ganze. Aber erstmal hätte ich gerne hier wieder alles im Lack. Aber irgendwie. Arbeitskleidung wird immer noch runter. Na gut. Da hast du auch wieder ein paar Bauern nachgezogen, ne? Wir müssen, denke ich, dringend... ...auf die Ingenieure kommen. Hilft dir jetzt nix. Neue Welt. Ach du Schande. Ich habe da hier irgendwo... ...habe ich hier nicht noch ein Schiff rüber geschickt? Ne, es ist doch hier. Oh, ich hatte hier eine Aufgabe. Ne. Ich dachte ja eigentlich, ich hätte eine Aufgabe hier bei Barrel. Ach, nicht doch. Kann natürlich sein, dass es in der dritten Welt die Aufgabe war. Das werde ich wohl nicht mehr schaffen. Ich habe ja nicht mal ein Schiff hier. Was echt traurig genug ist. Ich fürchte ja. Ähm, bevor wir jetzt hier durchstarten, müssen wir erst die Baumwolle machen. Müssen wir erstmal selber hier ein bisschen... Mal hin, die in, die ja. Boah, hier ist alles vollgelaufen. Scheint sind wir mit allem erstmal gut versorgt. Würde ich sagen. Und wo machen wir die Baumwolle hin? Hier unten? Vielleicht sogar hier. Äh. Falsche Insel. Hier mal. Sorry, hier musst du die machen. Wo sind wir denn hier mit der Straße angekommen? Hier. Uh, schöne große Fläche. Hier erst. Der Platz ist hier noch ein bisschen. Ähm. Na, hier kommt es schon mit dem Zuckerrohr runter. Das heißt, wir machen uns mal... Na. No. Dann geht das nicht. So. So, bitte. Starten wir hier mal durch. Zuckerrohr. Du hast zu viele Leichen im Keller. Ist zu wenig Platz, ne? Das kriege ich hier, glaube ich, leider nicht durchgezogen. So, ist besser. Hier geht es natürlich nicht. So, jetzt geht es aber los. Und zwar fängst du an hier. Hier. Wir halten das hier schon mal alles vor. So. So. Ah, Limiter reicht. Oh. Und das ist ja wieder so. Ziemlich krunkelig hierhin gebastelt. Aber es ist erstmal wurscht. Wir füllen das trotzdem alles aus. Wie viel bauen wir denn? Ich würde erstmal sagen, wir versuchen uns mal mit vieren, ne? Spielstand gespeichert. Was heißt denn hier blockierend? So. 115. Und dann brauchst du noch Webereien. Die passen hier auch noch wunderbar hin. Ist das 1 zu 1? Ne, du brauchst nur 2. Dann lass das doch erstmal so. Ich würde trotzdem hier erstmal runtergehen. Ah, alles klar. Alles klar. Bombele läuft erstmal. Und ein bisschen Glück. Brauchen wir hier noch eine kleine Feuerwehr hin für schlechte Zeiten. Schaden kannst du auf jeden Fall nicht. Sehr gut, dann heißt. Das heißt, wir können hier demnächst auch noch eine Bombele abholen. Können wir das gleich noch in die... Barrel ist bestimmt gleich richtig sauer auf mich. Ah, okay. Nochmal 2 Punkte abgestaubt. Willi ist auch gut gelaunt. Und Queenie? Bei der Piraten brauche ich mir wohl kaum einschmeicheln, die wir einfach nur Kohle sehen. Ah. So. Okay, das läuft erstmal. Die Menschen lassen sie hochleben. Alter Schwede, ein Stadtfest. Auf ihren Befehl. Der Clipper wartet hier tatsächlich auf die nächste Baumwolle. Und hier würde ich nochmal ganz kurz gucken. Ist hier alles... Tako? Ach nee, die Tortillas. Ja, dann fahr mal kurz. Scheiße. Kann ich das upgraden? Sehr gut, dann tu das mal. Ähm. Tortillas bitte. Ja. Sonst hole ich ja alles, was geht. Machst du erstmal 70, bringst du mal rüber. So, dann sind wir hier drüben erstmal soweit fertig. Bis hier die erste Baumwolle klarkommt. Das dauert aber relativ lange, muss ich sagen. Ist ja auch wieder die falsche Insel. Mann. Guck mal, da geht doch schon was. Nicht besonders viel, aber immerhin. Dann würde ich jetzt, äh, Handelsroutenmenü. Routen. Kann nicht gelöscht werden. Das Lager ist voll... Ja, okay. Wann warten? Auf die Löschung warten. Also du lädst hier auf jeden Fall noch einen Baumwolle. Ruft sich und lädst sie hier wieder aus. Ähm. Mal fahren warten. Nee, über Bord werfen ist ja auch Schrott. Nichts klick zum Zähnen rein. Boah, das stimmt doch gar nicht. Das ist aber eine Frechheit. Äh, tatsächlich, wenn ich jetzt hier gucke, haben wir es zumindest geschafft, schon mal die... ...die Baumwolle anzuwerfen. ...gespeichert. Können hier einmal ein paar Obreros machen. Weil wir jetzt hier auch Tortillas haben. Der fährt hier mit dem Kram spazieren, weil das nirgends mehr los wird. Das können wir dann fast schon mal kurz auf die dritte Insel bringen. Da muss ich nochmal ein bisschen hin und her organisieren. Äh, wir haben da 3300er Bilanz. Das ist ja für meine Verständnis schon mal sensationell. Allerdings bin ich mit der Hauptinsel hier überhaupt nicht zufrieden. Irgendwie habe ich da immer Schwierigkeiten. Und, äh, ja, auf jeden Fall geht es weiter in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder ganz schön drüber. Ähm. Wie eigentlich jedes Mal. Aber so ist es nun mal, ne? Wenn du hier ein bisschen was schaffen willst, da brauchst du schon mal ein paar Minuten für. Das ist klar. Beim nächsten Mal geht es weiter. Bei Anno 1800. Die Fälle sind auch voll. Ich brauch mehr Schiffe. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.